Hey Leute, stellt euch eine Powerstation vor, die so schnell lädt, dass ihr kaum Zeit habt, einen Kaffee zu trinken, bevor sie wieder voll ist. Jo, das ist natürlich etwas übertrieben, aber es geht schon verdammt schnell. Das ist aber noch nicht alles. Anker hat aktuell einen super Deal für euch, der nur für kurze Zeit verfügbar ist. Ihr wollt mehr erfahren? Dann bleibt unbedingt dran. Denn die Anker Solex C1000 ist nicht irgendein Gadget. Sie ist ein echter Helfer, ob beim Camping, bei Stromausfällen oder für das Homeoffice. Mit einer Ladekapazität, die euch umhaut und einer Leistung, die selbst die hungrigsten Geräte stillt, steht sie bereit, um eure Powerbedürfnisse zu erfüllen. Lasst uns jetzt also in die Welt der Hightech-Power eintauchen. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Schon beim ersten Blick auf die Anker Solex C1000 wird klar, dass Anker bei Design und Bauweise keine Kompromisse eingeht. Mit ihren klaren Linien, der robusten Bauform und dem eleganten Finish strahlt sie eine moderne und professionelle Ästhetik aus. Das kompakte Design mit den Maßen von 376 mm auf 205 mm auf 280 mm und ein Gewicht von nur 12,9 kg machen sie zum idealen Begleiter für alle, die viel unterwegs sind. Aber eine ansprechende Optik ist nicht alles. Unter der Haube verbirgt sich eine beeindruckende Power. Eine Kapazität von 1056 Wattstunden bedeutet, dass ihr genug Energie dabei habt, um verschiedene Geräte damit für eine bestimmte Zeit zu versorgen. Die technische Raffinesse der Powerstation zeigt sich auch in ihrer Fähigkeit, eine konstante Leistung von 1800 Watt zu liefern, mit einer Spitzenleistung von 2400 Watt dank der innovativen Searchpad-Technologie. Schauen wir uns noch die Anschlüsse genauer an. Die Anker Solix C1000 verfügt über eine vielseitige Auswahl an Anschlüssen, um eine breite Palette von Geräten zu unterstützen. Mit vier 230 Volt AC-Steckdosen, zwei USB-A-Ports, zwei USB-C-Ports und einer Autosteckdose ist sie bereit, alles von Smartphones bis hin zu Kühlschränken mit Strom zu versorgen. Die intuitiven Bedienelemente sind benutzerfreundlich gestaltet, sodass ihr die volle Kontrolle über die Energieverteilung habt und die einzelnen Output-Bereiche jederzeit per Knopfdruck ein- und ausschalten könnt. Mit der integrierten LED seid ihr sogar auf die Dunkelheit vorbereitet. Schaltet zwischen drei Helligkeitsstufen um oder löst ein SOS-Signal aus, um Hilfe zu holen. Jetzt kommen wir zu einem Feature, der Anker Solix C1000, das euch definitiv umhauen wird. Das Fast Recharging. Stellt euch vor, eure Powerstation ist fast leer und ihr wollt schnellstmöglich wieder Power reinpacken. In nur 58 Minuten lädt sie sich von 0 auf 100% auf. Unter einer Stunde. Und wie erreicht sie das? Dank der Ultra Fast Charge Technologie, die ihr per App aktivieren könnt. Diese Geschwindigkeit ist bis zu 27,5% schneller als bei vergleichbaren Powerstationen und ein echter Gamechanger, besonders wenn Zeit eine kritische Rolle spielt. Wie ist dieses schnelle Wiederaufladen möglich? Es ist eine Kombination aus hochentwickelter Batterietechnologie und effizientem Energiemanagement. Die Anker Solix C1000 nutzt fortschrittliche Lithium-Ionen-Zellen, die eine schnelle Energieaufnahme ermöglichen, ohne die Langlebigkeit der Batterie zu beeinträchtigen. Gepaart mit einem intelligenten Ladesystem, das sicherstellt, dass jede Zelle optimal geladen wird, bietet sie eine zuverlässige und schnelle Ladelösung. Das bedeutet für euch kein langes Warten mehr, kein Planen um lange Ladezeiten herum. Ihr habt immer schnell wieder volle Power zur Verfügung. Nachdem ihr nun gesehen habt, wie schnell die Powerstation aufgeladen werden kann, checken wir, wie wir jetzt die Power wieder rausbekommen, indem wir das High-Output-Feature der Anker Solix C1000 genauer betrachten. Zunächst nochmal die beeindruckenden Zahlen. Die Anker Solix C1000 bietet eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 1800 Watt und kann Spitzenleistungen von bis zu 2400 Watt mit ihrer Searchpad-Technologie erreichen. Das bedeutet für euch, dass ihr nahezu jedes Gerät, das ihr besitzt, damit betreiben könnt, von Küchengeräten wie Wasserkochern und Kaffeevollautomaten bis hin zu anspruchsvolleren Geräten wie Elektrogrills oder Kühlschränken. Wir haben die Anker Solix C1000 auf die Probe gestellt. Zuerst haben wir einen Wasserkocher angeschlossen. Die Powerstation hat ohne zu zögern die benötigte Leistung geliefert. Die Leistungsabgabe von knapp über 1000 Watt könnt ihr übrigens live auch in der App verfolgen. Dann haben wir das Ganze auf die nächste Stufe gebracht. Ein Kaffeevollautomat während des leistungshungrigen Vorheizens. Zusätzlich haben wir zeitgleich noch den Kühlschrank, der daneben stand, angeschlossen. Auf dem Display der Powerstation kann man schön ablesen, dass die Leistungsabgabe während des Vorheizens der Kaffeemaschine über 2000 Watt lag. Aber auch das ist noch nicht alles. Wir haben die Powerstation auch in einem Szenario getestet, das viele von euch interessieren wird. Ein Elektrogrill für das perfekte Barbecue und dazu eine Kühlbox, um Getränke und Lebensmittel frisch zu halten. Die Anker Solix C1000 hat bewiesen, dass sie auch in solchen Situationen zuverlässig funktioniert. Sie liefert nicht nur die erforderliche Leistung, sondern macht dies auch auf eine Art und Weise, die zuverlässig und sicher ist. Was bedeutet das High-Output-Feature für euch im Alltag? Es bedeutet Freiheit und Flexibilität. Ihr könnt die Anker Solix C1000 überall hin mitnehmen, wo ihr eine zuverlässige und leistungsstarke Energiequelle benötigt, sei es für Outdoor-Aktivitäten, Events oder als Backup-Stromversorgung zu Hause. Apropos zu Hause. Wir haben sie auch noch in einem Home-Office-Szenario getestet. Stehlampe, MacBook Pro, externer Bildschirm und iPad. Alles gleichzeitig angeschlossen und die Powerstation hat's einfach gemeistert. Mit diesem Setup hätten wir bei einem Akkustand von 60% noch easy 3 Stunden arbeiten können. Während das Fast Recharge und der High-Output die Hauptstars sind, hat die Anker Solix C1000 noch weitere beeindruckende Merkmale zu bieten. Standardmäßig kommt die Powerstation mit 1056 Wattstunden, was für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend ist. Aber was, wenn ihr mehr braucht? Kein Problem. Mit einer Zusatzbatterie könnt ihr die Kapazität auf 2112 Wattstunden verdoppeln. Dies ist besonders nützlich für längere Ausflüge, bei denen ihr nicht die Möglichkeit habt, die Powerstation aufzuladen. Oder wenn ihr einfach mehr Geräte gleichzeitig betreiben wollt. Für alle, die gerne umweltfreundlich unterwegs sind oder unabhängig vom Stromnetz sein möchten, bietet die Powerstation eine weitere Funktion. Einen 600 Watt Solar Input. Damit könnt ihr die Powerstation in nur 1,8 Stunden von 0 auf 100% aufladen und das alles mit der Kraft der Sonne. Dies ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch bis zu 40% schneller als bei anderen Modellen. Um die volle Kontrolle über die Powerstation zu haben, könnt ihr die Anker-App verwenden. Mit dieser App könnt ihr nicht nur den Ladestatus überprüfen, sondern auch wichtige Funktionen steuern. Ihr könntet die Powerstation aus der Ferne ein- und ausschalten, die Energieverteilung anpassen und sogar den Ultrafast Charge Mode aktivieren, alles bequem von eurem Smartphone aus. Dies bietet eine gewisse Bequemlichkeit, besonders wenn ihr die Powerstation in schwer zugänglichen Bereichen nutzt oder einfach nicht in der Nähe seid. Ein weiterer Vorteil der Anker-App ist die Möglichkeit, Firmware-Updates direkt durchzuführen. Dies stellt sicher, dass die Powerstation immer auf dem neuesten Stand ist, was sowohl die Leistung als auch die Sicherheit betrifft. So bleibt ihr immer up-to-date mit den neuesten Funktionen und Optimierungen, die Anker bietet. Von ultraschnellem Aufladen über die beeindruckende Leistung bis hin zu erweiterbaren Kapazitäten diese Powerstation hat alles, was es braucht. Aber bevor wir uns verabschieden, haben wir noch Infos zu den Deals, die Anker aktuell am Laufen hat. Ihr könnt aktuell 450 Euro auf die Anker Solix C1000 und bis zu 560 Euro auf die Produkte der Solix C1000-Serie sparen. Besucht den Link in der Beschreibung, um dieses Angebot nicht zu verpassen. Aber beeilt euch, denn dieser Deal gilt nur bis zum 31. März. Eure Meinung ist uns wichtig. Teilt eure Gedanken in den Kommentaren mit. Wir sind gespannt, wie ihr die Anker Solix C1000 nutzen würdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns eure Unterstützung mit einem Like und abonniert unseren Kanal für weitere Reviews. Das war's von uns, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!